Am Sonntag ein Toter mit geraubter Identität. Sie leben in seiner Wohnung, Sie verdienen Geld mit seiner Firma, Sie benutzen seine Identität. Ist Ihnen überhaupt klar, dass Sie unter dringendem Mordverdacht stehen? Und eine heiße Spur zum Mord an einem Kommissar. Er wurde mit derselben Waffe erschossen wie der Tote von der Baustelle. Hass! Es gibt eine undichte Stelle. Irgendwer bei der Polizei. ORF Premiere. Ich brauche Ihre Hilfe. Am Tatort Berlin. Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2.